Ein Sportbereich, der in den vergangenen Monaten extrem Zulauf bekommen hat, ist der sogenannte E-Sport-Bereich. Das heißt alles, was an Bildschirmen gespielt werden kann. Und führend dabei ist, und wer hätte es gedacht, die virtuelle Bundesliga. Und die trägt schon seit einiger Zeit auch immer dann ihr sogenanntes Grand Final aus. Also die Meisterschaft im Einzel. Und dort kommen dann die besten Spieler Deutschlands zusammen, die entweder für sogar einen Klub starten, meist natürlich dann einen Bundesligisten, oder auf jeden Fall von Sponsoren betreut werden und zu einem Team gehören, das sich dann dort qualifiziert hat, über Ausscheidungswettbewerbe oder eben auch schon vorher über die Rangliste. Einer der besten deutschen Spieler kommt aus dem Unterallgäu und heißt Dylan Neuhausen. Und in diesem Jahr war er wieder mit dabei bei der Deutschen Meisterschaft. Er ist sogar Weltranglisten führender, aber er musste sich diesmal starker Konkurrenz erwehren. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft im Einzel-E-Football präsentiert in diesem Jahr ein extrem starkes Teilnehmerfeld und ein Rekordpreisgeld. Satte 100.000 Euro gab es bei der Finalrunde 2021. Die besten 32 deutschen FIFA 21-Spieler auf der Xbox One und der Playstation 4 spielten an drei Turniertagen um den Titel des deutschen Einzelmeisters. 16 Teilnehmer qualifizierten sich über die VBL-Playoffs. Die andere Hälfte der Spieler hatte ihren Startplatz über die VBL-Club-Championship und das gute Abschneiden ihrer Klubs sicher. Zu den Favoriten um den Titel zählten neben dem 18-jährigen Umut Gültikin von RB Leipzig auch der gleichaltrige Dylan, Dylan-Mike Neuhausen aus Türkheim im Unterallgäu. Beide kennen sich aus der deutschen E-Sports-Nationalmannschaft. Dylan Neuhausen hat keine Vereinszugehörigkeit, spielt aber immer in den Farben seines Bundesliga-Lieblingsklubs SC Freiburg. Er startet furios und gewinnt das Xbox One-Konsolen-Finale nach Hin- und Rückspiel mit 2 zu 1 und zieht somit in das Overall-Cross-Konsol-Endspiel ein. Das Finale wird wie die gesamte K.O.-Phase in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der Gegner Umut Gültikin. Zuerst wird auf der Xbox One gespielt. Dylan-Mike geht mit einem schön herausgespielten Tor in Führung, kassiert aber noch vor der Halbzeit den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit dreht Umut sogar das Spiel mit 2 zu 1. Das Rückspiel wird auf der Playstation 4 ausgetragen. Dylan geht mit einem Tor-Rückstand in die Partie. Am Ende verliert Dylan Neuhausen das VBL-Grand-Final mit 3 zu 1. Ein kleiner Trost, Dylan bekommt für seinen zweiten Platz stolze 20.000 Euro. Mit dem Geld ist er im Anschluss auch erstmal in den Urlaub gefahren. Ja und er ist zurück aus dem Urlaub. Ich sag herzlich willkommen. Dylan Neuhausen, Servus. Hey, danke für die Erinnerung. Wo warst du denn genau? Und vor allen Dingen hast du gleich einen Großteil deiner Prämie von der Deutschen Meisterschaft dort unter die Leute gebracht? Also erstens, ich war in Mallorca für neun Tage. Also war ganz entspannt. Also jetzt nicht irgendwie mit komplett Absturz feiern und so. Und ja, also von dem Geld wird noch nichts angefasst. Also der Urlaub stand davor schon. Sag mal, wenn du Urlaub machst als E-Sportler, heißt es dann auch, du schaltest den Bildschirm ab? Geht es so für, ja, neun Tage ist vielleicht eine lange Zeit, für jemanden, der gewohnt ist, dass er regelmäßig spielt? Ja, es geht auf jeden Fall. Also ich war ja mit vier anderen Profis im Urlaub und wir haben da alle neun Tage komplett auf FIFA verzichtet. Also dass wir uns da sozusagen komplett abschalten können vom Spiel. Neue Kräfte sammeln für jetzt eben ein wichtiges Turnier, was bei uns ansteht. Und ich hoffe natürlich, dass das klappt. Was heißt denn jetzt Profi? Also du bist wirklich jemand, der professionell E-Sport betreibt und davon lebt? Ja, genau. Also ich betreibe es jetzt professionell seit circa drei Jahren. Ich habe damals angefangen, da war ich in der 11. Klasse, also mit 16. Und ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht. Und ja, das ist jetzt meine erste Saison sozusagen als Vollzeit E-Sportler, ohne dass ich nebenbei irgendwie studiere, Ausbildung mache oder ähnliches. Nun drängt sich natürlich gleich die nächste Frage auf, die vielen durch den Kopf geht. Kann man denn davon leben? Also wie viel kann man denn da so verdienen? Ich meine jetzt ein Turnier, die Deutsche Meisterschaft. Der Sieger hat 40.000 bekommen, du als Zweiter 20.000. Das ist ja eine gute Summe, aber das ist ja nun auch nicht jede Woche. Ja, auf jeden Fall. Also was die meisten vergessen, wenn es um den E-Sport geht, das ist eben, dass wir da auch bei Vereinen spielen. Also ich jetzt zum Beispiel spiele ja bei NEO, das ist eine E-Sports-Organisation. Und da kriege ich dann monatlich mein festes Gehalt. Und klar, diese Preisgelder sind dann sozusagen Boni, die dann eben dazukommen. Und man kann schon sagen, also die besten Spieler Deutschlands, die können auch allein von ihrem Gehalt schon gut davon leben. War für dich der zweite Platz bei der Deutschen Meisterschaft ein Rückschlag? Klar, du gehörtest mit zu den Favoriten, bist ja auch als Weltanlisten Erster auf der Xbox angereist. Das war ja schon mal so die Hausnummer. Und dann Zweiter geworden. Wie gesagt, Rückschlag oder passt Finale dabei? War schon super. Ja, natürlich ist es ein bisschen ein Rückschlag. Wenn man schon im Finale steht, dann wünscht man sich natürlich auch, dass man das ganze Turnier gewinnt. Vor allem, also es geht natürlich nicht nur ums Geld. Klar, es ging für mich natürlich auch um die Schale, dass man da eingraviert wird auf der Schale. Dass man sich sozusagen in der Geschichte verewigt. Das ist bei mir auch sehr, sehr wichtig. Hat leider nicht geklappt. Letztes Jahr bin ich auch kurz vor der Meisterschaft gescheitert. Und deswegen war es, würde ich sagen, schon ein bisschen ein Rückschlag. Aber natürlich bin ich auch stolz auf meine Leistung. Zweiter Platz nimmt man natürlich mit. Auch sehr gut gespielt übers Turnier. Also bin ich sehr zuversichtlich für die kommenden Turniere. Dann würden ja der berühmte Satz der Mütter oder Großmütter immer, du bist ja noch jung, du hast ja noch Zeit. Könnte man da noch machen. Wie läuft das Ganze ab? Ihr spielt auf zwei verschiedenen Konsolen. Also es gibt nachher so eine Art Doppelfinale. Ja genau, also es geht erst die Xbox-Seite und die Playstation-Seite. Und für mich als Xbox-Spieler war ich halt dann auf der Xbox-Seite. Da spielt man dann halt erstmal nur gegen die Xbox-Spieler, bis eben der Sieger feststeht, was in dem Fall bei der Deutschen Meisterschaft eben ich war. Und das Gleiche eben auf der Playstation. Der hat dann eben Umut gewonnen. Und dann gibt es nochmal ein Cross-Konsol-Finale, heißt das. Da wird dann ein Spiel auf der Xbox gespielt, eins auf der Playstation. Und dann die Ergebnisse werden halt addiert. Nun bin ich jemand, der erst seitdem mein Sohn zum Geburtstag dieses Jahr Anfang des Jahres so eine kleine Konsole bekommen hat, spielt. Ist denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Konsolentypen, zwischen den verschiedenen Herstellern, ist der groß, ist der spürbar? Naja, also das Einzige, was man sozusagen merkt, ist halt, dass der Controller anders ist. Also auffällig ist eben beim Xbox-Controller, ist der linke Stick. Also der Stick, mit dem man den Spieler steuert, ist eben oben links. Und bei der Playstation ist der unten links. Das ist so das Einzige. Der Xbox-Controller ist vielleicht noch ein bisschen größer. Aber sonst ist es eigentlich genau das Gleiche. Also von der Spielmechanik ist es alles das Gleiche. Wie läuft es denn jetzt ab? Du bist Profi, jetzt voll dabei, bist bei einem Team festintegriert. Wie viel Training machst du da? Und vor allen Dingen heißt das Training, du sitzt einfach für dich selber da. Hast du einen Coach? Oder erzähl mal. Ja, also das wichtigste Training ist eben, wenn das Spiel rauskommt, was jetzt meistens so Anfang Oktober, Ende September ist. Das ist eben das Wichtigste, da halt dann sehr viel Zeit reinzustecken. Da werden dann schon so teilweise acht bis zehn Stunden reingezockt, damit man eben reinkommt in das Spiel. Damit man sozusagen rausfindet, was ist eben gut in diesem Jahr, was ist effektiv. Sind es eben Kopfbälle oder sind Kopfbälle komplett schlecht, dass man dann kleinere Spieler vorne spielt. Solche Sachen sind eben am Anfang wichtig. Und dann, je näher man eben an größere Turniere kommt, mache ich es jetzt zum Beispiel so, dass ich halt Trinksmatches mache gegen andere Profis. Dann habe ich noch meinen Coach, der ist von meiner E-Sports-Agentur Rabona. Der wurde mir da zur Verfügung gestellt. Dann besprechen wir eben die Spiele, also analysieren sozusagen, was mache ich für Fehler, was ist leicht behebbar. Und ja, das ist dann eben so die hauptsächliche Vorbereitung. Also die Frage, ob E-Sport richtiger Sport ist oder nicht, die hast du schon oft bekommen, die stelle ich auch nicht mehr, weil es ist ein Wettkampf. Ihr tretet gegen eine Anani, ihr bereitet euch vor. Ihr seid halt sozusagen nur eben dann eben am Bildschirm und virtuell tätig. Machst du und brauchst du das auch, aber trotzdem, sag mal, richtig physisch dann auch noch was? Also musst du mal so ein bisschen auch, ich sag mal, in die Muckibude oder einfach ein bisschen Konditionstraining machen? Weil klar, sieben, acht Stunden sich konzentrieren und Körperspannung halten, das erfordert ja einiges. Ja, auf jeden Fall. Also es geht gut schon auf das Mentale, vor allem wenn man eben viele Turniere spielt, wenn man sich dann noch leicht selber einen Druck macht oder wenn man einen äußeren Druck hat, dann geht das schon gut auf das Mentale. Also bei mir ist es jetzt eben so, dass ich teilweise einfach dann halt mit Kollegen draußen Fußball spiele. Ich war auch im Fußballverein eigentlich jetzt noch die ganzen Jahre, aber wegen Corona war es ja leider ein bisschen schwer, da immer ins Training zu gehen und so. Aber das war jetzt sozusagen bei mir so der Ausgleich, also bei mir war da immer alles nice. Merkst du denn, dass durch diese Zeit der Corona-Pandemie, gerade der E-Sport und natürlich Fußball mit diesen Versionen in FIFA, dass das explosionsartig mehr geworden ist, weil die Leute einfach auch mehr Zeit hatten zu spielen? Gezwungenermaßen saßen sie vielleicht auch zu Hause und dachten sich, okay, dann halt am Bildschirm, dann tobe ich mich da aus. Ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen größer geworden, die ganze Szene. Klar, viel mehr Leute sitzen zu Hause, haben sozusagen quasi eh nichts zu gucken, wenn eh kein Fußball läuft. Und dann, wenn E-Sport lief, dann ist es schon mal eine Option zu gucken. Allerdings war es halt bei mir jetzt leider so, dass halt, also vor Corona ist es immer so, dass diese Turniere, für die man sich qualifiziert, dass die halt offline sind irgendwo. Das heißt, ich war dann in Atlanta zweimal, ich war in Paris, Bucharest, London, alles. Und das ist halt dann leider weggefallen durch Corona. Dadurch, dass halt eben man nirgendwo hinreisen konnte, wurde halt alles leider online ausgespielt. Und ja, das war halt dann schon ein bisschen schade für mich. Hat sich das jetzt schon langsam wieder verändert? Also steht auch fest, dass du Turniere nicht nur vom heimischen Platz aus, vom heimischen Sessel quasi aus bestreitest, sondern dass klar ist, du wirst vielleicht wieder eingeladen oder kannst dich qualifizieren. Und dann geht es wahrscheinlich auch in größere Hallen. Ich habe das mal in Asien gesehen, die spielen in richtig großen Hallen vor tausenden von Zuschauern. Das mit den Hallen ist eben auch bei FIFA so. Ich hatte FIFA 19, also vor zwei Jahren circa hatte ich die WM in London und die war eben in der Outdoor Arena. Also da waren dann auch so tausende Zuschauer, würde ich schon sagen. Also es war schon ein Erlebnis auf jeden Fall. Bist du denn einer, der es mag, wenn Publikum da ist? Wenn ihr drumherum auch ein bisschen was mitkriegt, wenn da auch ein bisschen angefeuert wird oder natürlich, wenn die Fans von den anderen dann ein bisschen Buhrufe machen? Also ziehst du da so ein bisschen Kraft, Energie daraus? Beeinflusst dich? Ja, also extrem beeinflusst mich, denke ich nicht. Also ein bisschen bekommt man es natürlich schon mit. Und ich denke, bei mir ist es auch so ein extraer Ansporn, vor allem, wenn man so die gegnerischen Fans hört, dass man denen dann nochmal so eins reindrücken will, wenn man gewinnt gegen den Spieler. Aber ich denke, stark beeinflusst mich das nicht. Woher kommen die besten Spieler? Also sowohl in Deutschland als auch international. Kann man da irgendwie so eine Tendenz ausmachen? Ja, also international gesehen ist es auf jeden Fall so, dass aktuell die besten Spieler aus Deutschland kommen. Ich denke, also gerade von der breiten Masse. Ich denke, dadurch, dass wir eben die virtuelle Bundesliga haben als Meisterschaft, haben wir sehr, sehr viele Spieler, die konstant am Trainieren sind. Und das sieht man auch in der Weltraumliste. Also ich glaube, auf der Xbox sind aus der Top 11 irgendwie fünf oder sechs Deutsche. Also das macht sich da auf jeden Fall bemerkbar. Und ich würde sagen, in Deutschland kommen die besten Spieler, ich denke, so Richtung NRW-mäßig oder Hamburg, da kommen die Besten her. Also jetzt hier so bei mir in der Nähe bin, glaube ich, ich der Einzige. Vielleicht noch ein paar aus München, aber sonst kaum welche. Gibt es irgendein Turnier oder irgendeine Meisterschaft, wo du sagst, das ist das große Ziel? Da will ich hin und da will ich dann auch ganz stark abschneiden. Als, weiß ich nicht, als Langzeitprojekt, dass du weißt, das dauert ein bisschen, bis man da hinkommt. Oder ist da so jedes Jahr irgendein Highlight, so ein Saisonhöhepunkt? Ja, also wir haben jedes Jahr am Ende vom Jahr die WM. Und da muss man sich dann eben über das Jahr hinweg, hat man so kleinere Turniere. Und da kommt es dann eben darauf an, wie weit man da kommt, kriegt man so Punkte für die Weltraumliste. Also das ist so ähnlich wie beim Tennis. Und da lief es bei mir eben relativ gut dieses Jahr bei diesen kleineren Turnieren. Ich bin ja jetzt Platz 1 auf der Rangliste. Und dadurch habe ich mich für die Playoffs qualifiziert. Die sind in einer Woche circa. Und da qualifizieren sich die besten neun Spieler dann aus Europa für die Weltmeisterschaft Anfang August in London. Das ist so das Ziel. Okay, also bis dahin. Gute Saison und dann natürlich für den Höhepunkt, dass du qualifiziert bist. Da drücke ich schon jetzt mal die Daumen. Dillen, ich sage vielen Dank und ja, ich hoffe, wir hören bald wieder von großen Taten von dir. Danke natürlich nochmal für die Einladung.